hallo ich habe ein glücklicher guter mit recht herzlich willkommen auf dem rosti kanal ja freudacht jederzeit für kleines indie-horrorspielchen aber ich bin zusammen mit e2 the house ist mit der unreal engine gemacht und keine ahnung was es geht gleich gestorben hallo ich habe ein flash light sieht aus wie tabletten batteries sieht so ziemlich creepy aus coole stimme atmosphärisch cool da kommen wir nicht durch finde ich gut dass man das was man machen kann glaube ich hier diese hand abdrücke sind das finde ich schon mal cool da steht was an der tür ist ein zeichen was ist das für ein zeichen ich bin seriös sonst kann ich hier nichts aufmachen jetzt sehen wir mal aus klar sei es heute spiel into die haus ich habe keine ahnung was ich hier machen kann ich habe keine ahnung was ich hier machen kann ich kann auch reden Ich glaube, man sollte irgendwas finden hier. Es ist halt alles so düster, Leute. Ich habe kein gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ein tolles Bett. Wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Key. Wir haben was aufgemacht und nichts drin. Was ist das für ein Teil hier? Wir haben mal einen Schlüssel. Habe ich ein Inventar? Natürlich nicht. Klar. Komme ich da jetzt rein? Nein. Diese Taschenlampe. Leute, diese Taschenlampe. Sie kommt, als ist sie richtig hinterher, finde ich. Jetzt kommen wir hier rein. Meine Batterie ist leer. Really? Ich habe doch ein Inventar, oder? Flashlight? Inventar? Return? You died? What? Retry? Wieso bin ich jetzt tot? Retry? Ich kapiere es im Moment noch nicht so richtig. Play. Wir haben eine Flashlight. Wir rennen mal. Wir nehmen die Tabletten. Uns geht es gut. Ich glaube, ich nehme die erst die Batterien. Wenn man hier... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich glaube, man braucht seine Tabletten, oder so. Hier ist ja nichts drin. Und hier kriege ich ein Key. Auf dem Key ist ein Symbol. Auf dem Key ist ein Symbol. Und das Symbol sagt uns ja... Das ist die Batterie. Für die Flashlight. Wir brauchen auf jeden Fall mal Medizin. Weil ich glaube, uns geht es nicht gut. Das haben wir. Man muss doch schnell sein. Wir haben einen zweiten Schlüssel. Ja, kack, die waren dann. Da komme ich ja nie hin. Ich werde immer langsamer. Ich habe den nächsten Key. Ich glaube, ich müsste nachher oben, oder? Was ist denn? Ich kapier's nicht. Wir wollen aber noch Batterie. Das ist schon mal gut. Ich hole mir erst... Da hinten haben wir ja noch Batterien gelassen, oder? Oder habe ich mich da geirrt? Hier ist doch die Küche. In der Küche war ich vorher noch gar nicht. Sieht aus wie eine Küche. Jesus Christ. Hier ist noch eine Tür. Hier habe ich den Schlüssel nicht. Das heißt, ich müsste vielleicht... Es ist halt alles so dunkel, Leute. So extrem dunkel. Und ich glaube, hier geht's schon ein bisschen auf Zeit. Ah, hier war noch was. Batterie? Oh, diese blöden Maums hier. Ich geh mal nach oben. Hier haben wir einen Schlüssel. Brauchen wir noch mal einen Key. Hier sind wir draußen. Was hab ich denn jetzt genommen? Was hab ich denn jetzt genommen? Aber wieso bin ich jetzt da oben? Hier geht's doch weiter. Ich bräuchte bald wieder Batterien. Und zwar schnell. Aber mir fehlt ein Schlüssel. Glaube ich. Oh, Badruise. Nice. Das hätten wir schon mal. Hier komm ich nicht durch. Oh, man sieht nichts. Leute. Ich seh nichts. Hier war man drin. Mir fehlt ein Schlüssel. Wo krieg ich einen Key her? Leute, habt ihr was gesehen? Ich brauch hier oben noch mal einen Key. Aber ich find hier keinen Key. Absolut nicht. Ich find hier keinen Key. Und meine Taschenlampe geht jetzt auch mal zu Ende. Zu neige. Nein, ich möchte hier nicht weiterbleiben. Ich hab hier keinen gelassen Schimmer. Nämlich wenn's Licht ausgeht, sind wir tot. Ich glaube, wir sterben. Ohne Licht sind wir halt aufgeschmissen. Kann ich hier vielleicht durch? Yes. Nice. Ich bin... Ich seh jetzt absolut nichts mehr. Leute, jetzt wird's immer dunkler. Weil ohne Taschenlampe ist man halt ein Hammer. Ich hab'n Hammer gefunden. Ein paar Batterien wäre nicht schlecht, ne? Ich hätt' mir vielleicht die Batterien ein bisschen besser einteilen sollen. Dann würd' ich nämlich jetzt noch was sehen. Denk' ich mir. Weil ohne Flashlight hier ist man hier ja total verloren. Wir haben wieder ein bisschen mehr Licht. Was war das? Wie soll ich jetzt hier rausfinden? Und das... Was war das? Jesus Christ. Das ist ja gestorben. Ja. Nicht schlechtes Spiel. Aber... Zum einen... Die Flashlight... Könnte ein bisschen hell sein. Unsere Flashlight. Man bräuchte einfach mehr Batterien und... Ein bisschen mehr Zeit. Weil die Batterien... Die Flashlight geht so... Oder die Batterien... Gehen so schnell leer. Da hat man keine Chance. Wenn's mal dunkel ist, man hat keine Flashlight mehr. Dann ist's zu dunkel. Dann sieht man nix mehr. Aber... Wir haben immerhin mal... Einen komischen Typ gesehen, der uns umgebracht hat. Ja, Freunde. Ich denk' mal, das soll's mal gewesen sein für Into... The House. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich freu mich, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr noch ein Prost-Kanal. Bitte bewertet doch dieses Video. Schreibt was in die Kommentare. Und... Falls ihr noch keinen Ahnung habt, Abonnet aufs Geld drücken. Press the Hit-Button for subscribe to my channel. Ansonsten genießt das Leben. Enjoy your life. Habt Spaß miteinander verhause nicht. Und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschö mit dir. Und... Fingere dir an uns. Euer lustiger Redner. Thank you and... Goodbye. Good night. Und...